Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu meinem neuen Video und es wird wieder ein Meerbild werden und da gibt es eine Besonderheit, denn für den sanften Sonnenschein habe ich Fleischfarben genommen. Das ist so ein Hautton, rosa und ich finde das ganz wunderbar als Sonnenfarbe sozusagen und ich habe das schon mal bei einem großen Bild genommen und da kam mir heute Morgen der Einfall, ach die Farbe, die könnte ich mal wieder verwenden und ich hätte mir die wahrscheinlich niemals gekauft, aber ich hatte damals, als ich angefangen habe zu malen, habe ich mir von Reves so ein Set gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Farben da drin waren, da waren auch kleine Leinwände und ein paar Pinsel dabei und da war diese Farbe dabei und dann habe ich die aus dem Zufall diese Farbe genommen und ich war hin und weg von dieser Magie, die da am Himmel entstanden ist und das möchte ich dir mitgeben. Auch wenn da Fleischfarben dran steht, ist es nicht nur für einen Hautton bestimmt. Sei kreativ, mach was draus und wenn deine Intuition dir sagt, hey mach doch mal das, dann mach das mal. Wir sollten öfter auf unsere innere Stimme hören und dann sind Überraschungen möglich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Videoschauen. Wenn du noch Fragen hast, stell sie mir in die Kommentare und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du Kanalmitglied wirst, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du mir deinen Daumen hoch da lässt. Ich danke dir von Herzen. Alles Liebe, deine Anke. Ich danke dir. 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 Ich danke dir.